Heute mal kurz und bündig. Lasst euch überraschen, welche illustre Gesellschaft mir heute ans Geld will. Ich bin der Callcenter Crusher und nach dem Intro geht's los. Ja bitte? Hallo Herr Nasebart, mein Name ist Raphael Weiß vom Prime Market. Das spruchst du wegen dem Bitcoin Trading an. Ja? Ich bin hier der Kundenberater, ich wollte Sie nur kurz durchführen und so ein bisschen zeigen, wie das Ganze funktioniert, ja? Ja gut, dann führen Sie mal. Okay, machen Sie das gerade am Handy oder am Computer? Was, ich sitze am Computer, ja. Okay, ähm, sind Sie schon auf der Plattform? Nee, bin ich nicht. Sie waren kurz weg, aber alles gut. Ja, Sie haben offensichtlich aufgelegt. Nee, die Leitung war einfach weg. Aber alles gut. Ähm, sind Sie schon auf der Plattform? Nein, bin ich nicht. Wie war die Plattform im Augenblick? Das muss ich mir dann nochmal eingeben. Ja, Prime Market mit S am Ende, Punktcom. Oh, Augenblick. Prime, und dann weiter? Prime Market mit S am Ende, S die Sonne. Ja. Punktcom. Punktcom, okay. Okay, das ist Ihre Plattform. Genau. Okay. Haben Sie dann schon mal was in der Richtung gemacht? Also investieren generell oder wäre das das erste Mal? Ja, ich habe schon mal investiert, ja. Okay, aber jetzt geht es Ihnen speziell um Bitcoin oder sind Sie da offen? Nee, da bin ich noch relativ offen. Okay, super. Wie zahlen Sie denn normalerweise ein, die Einzahlung? Naja, ich... Lieber mit Kreditschart oder Online-Banking? Ich zahle in erster Linie ein, nachdem ich Informationen über die Firma habe. Okay. Also Prime Market ist die Plattform. Ich bin hier der Account Manager, ich mache immer die Kontoaktivierung mit den Leuten. Danach kriegen Sie einen Berater, der für Sie tradet und halt den Rest erklärt. Von ihm kriegen Sie zum Beispiel auch Informationen, was aktuell Potenzial haben konnte zum Investieren. Mhm. Okay, gut. Und bei der Ersteinzahlung kriegt man halt noch 100 Euro obendrauf als Bonus. Ja gut, Bonus bieten Sie ja momentan alle an. Genau. Und meistens auch noch eine Ecke mehr. Aber, äh, gut. Welche Summen kann ich denn bei Ihnen investieren? Kommt drauf an. Der Mindestbetrag ist halt 250 Euro. Aber der, nach oben gibt es halt kein Limit. Ja, aber warum, warum gibt es einen Mindestbetrag? Ich weiß, an der Börse gibt es keinen Mindestbetrag. Ist halt eine Trading Plattform. Beim Trading gibt es immer einen Mindestbetrag. Wenn Sie einfach normal in Aktien investieren, dann halt nicht. Ja, aber grundsätzlich, es gibt, äh, es gibt, selbst bei den ganz großen Firmen gibt es keinen Mindestbetrag. Doch, schon. Und so weiter. Nein, ist nicht so. Okay. Das ist jetzt Fakt. Ja, gut. Wenn Sie der Meinung sind. Äh, die Frage ist, äh, von, wo sitzt Ihre Firma denn? In London. In London. Und warum rufen Sie mit einer 3-2er-Vorwahl an? Das Internet-Telefonie. Ah ja, Sie rufen aus, äh, lassen Sie mich nachgucken, 3-2, Sie rufen aus Belgien an. Aha. Das ist schon sehr komisch. Normalerweise ist man als Firma dazu verpflichtet, äh, von da aus anzurufen, wo man selber sitzt. Das heißt also aus England, für Sie. Nee. Okay, also es bringt jetzt nichts darüber zu diskutieren. Ich meine, wir sind eine lizenzierte Plattform. Okay, prima, 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 Stichwort, lizenziert. Wo sind Sie denn lizenziert? In England. Bei wem? Okay. MSA. Augenblick, das können wir mal überprüfen. Ist ja ganz einfach. So, dann gucken wir mal unter England. So. Und, äh, wie heißt die, 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 äh, wo Sie registriert sind? Da gibt es ja nur zwei in England. M, F, A. Nee, die gibt es nicht in England. Okay. So, also, bei wem sind Sie nun, äh, reguliert und registriert? M, F, A. Die gibt es nicht in England. Es gibt nur zwei Finanzbehörden, die regulieren und, äh, registrieren. Und keine ist FMA. Die FMA ist mir, glaube ich, nur aus Österreich bekannt. Kann es sein, dass Sie so gar keine Ahnung haben von dem Job, den Sie da machen? Oh, doch. M, F, A, Building Control, UK. Schauen Sie mal genau nach. Ja, ich gucke rein. In Großbritannien... Ja, ich auch. Ich sehe es hier. Ja. Herr Nasebart. Also... Ist der echter Name? Ja, also, wie gesagt, in England gibt es die FCA und die PRA. So, und wo sind Sie registriert und reguliert? Von den beiden? Es gibt nur die beiden in England. Na, was ist los? Schon am Ende mit Ihren Begründungen? Äh, nee. Aber ich habe eigentlich keinen Bock mehr auf das Gespräch mit Ihnen, wissen Sie? Ja, weil Sie ein ganz schön dummer Scammer sind. Das ist eine Kontroaktivierung. Ja, Sie sind ein ganz schön dummer Scammer. Sie haben keine Ahnung von dem, was Sie sagen. Ja, bitte. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Frau Anna Markova, ich spreche mit Herrn Jens Nasebart. Ja, das ist richtig. Okay, schön, Sie zu erreichen. Herr Nasebart, ich melde mich von Forex-TB. Ähm, Sie haben vor zehn Minuten ein Konto geöffnet. Ist das richtig? Das kann durchaus sein. Ich habe mich registriert, aber ich habe damit kein Konto eröffnet. Ähm, doch, eben. Das bedeutet, ja, an der Registrierung haben Sie gemacht. Ja, okay. Und das eröffnet gleich mein Konto. Aber das ist ein bisschen unaktiv. Ja, wie soll ich denn dazu was... Also, Sie müssen das ausfüllen. Ja, wie... Was muss ich ausfüllen? Was muss ich ausfüllen? Die rechtliche Daten. Was haben Sie denn? Ich bin am Reden. Ja, Sie unterbrechen mich ja dauernd. Ja, weil ich war auch am Reden. Ja, dann reden Sie erst mal zu Ende. Eben, das Konto haben Sie ja eingerichtet. Das bedeutet, das Konto ist unaktiviert. Noch immer eine Einzahlung zu tätigen. Ist dann das Konto aktiviert. Und das war's. Ich gebe Ihnen die weitere Informationen, wenn Sie wollen. Ja, dann geben Sie mal. Was Sie mal, die weitere Fragen haben. Ja, dann geben Sie mir erst mal die Informationen. Wir arbeiten mit Risikomanagement. Das bedeutet, immer mit 10% Operationen öffnen. Damit die Risiken auch sehr klein sind. Es liegt an Ihrer Seite, wie viel Sie einzahlen wollen. Und das Gute daran ist, wir sind bei FISEC reguliert in Zypern. Und das haben Sie alles Fakten online, wenn Sie das nur nachrecherchieren. Wir arbeiten mit verschiedenen Providers, wo Sie einzahlen können. Wir sind mit mehr als 12 Banken weltweit im Partnership. Wir arbeiten mit American Express Visa und Masterkarten. Wir sind auch mit verschiedenen Banken. Wir haben verschiedene Filialen weltweit. Momentan bin ich in London. Hauptfiliale ist in London. Aber wir haben noch eine in Zypern, eine in Spanien, eine in Italien, eine in Österreich. Das können Sie alles nachrecherchieren. Soll ich mehr in Details gehen? Ja, gerne. Ich weiß ja über Ihre Firma noch gar nichts. Habe ich schon gesagt, ganz am Anfang. Forex TB. Gut, dann geben Sie, dann, dann, äh, buchstabieren Sie das mal. Forex wie Forex F. Ja. Wie Friedrich, O wie Otto, R wie Röscher, E wie Emily und Tixixawa. T wie Theodor. Ja. Und B wie Bertha. Genau, Forex TB. Und wie geht es weiter? Ja. Das war es, Punktcom. Ach, Punktcom, das haben Sie ja noch nicht gesagt. Ähm, ich denke, das ist logisch. Nee, das ist nicht logisch. Es gibt DE, es gibt IO. Warum soll COM dann auf einmal logisch sein? IO ist nicht international. Oder DE ist nur für Deutschland. Wie kann ich DE sein, wenn ich von England anrufe? Ja, aber es ist trotzdem nicht logisch, dass man dann sagt, komm. Ähm, ich weiß nicht, ähm, ich will ehrlich und direkt mit Ihnen sein. Sie haben das Konto selber geöffnet, Sie haben selber Interesse gezeigt, aber Sie kommen ein bisschen komisch an, weil Sie stellen sehr viele verschiedene Fragen, als ob ich Ihnen irgendwas gemacht habe, persönlich. Aber ich mache nur meinen Job, und wenn Sie nicht zufrieden sind, kann ich Ihnen gerne das nur per E-Mail senden. Aber bitte in Zukunft, wenn Sie da irgendwo keinen Bock haben, online irgendwas machen. Hallo, wie reden Sie denn mit mir? Wie reden Sie mit mir? Ich bin am Reden. Ja. Ich bin am Reden. Lassen Sie manieren erst mal. Ah, ja. Am Ende. Ah, ja. Und Frauen müssen keine Manieren haben. Okay, alles klar. Lernen Sie erst mal Manieren zu haben, weil Sie haben ganz für das am Anfang gesagt, Sie haben nicht unterbrechen. Und Sie haben das gleiche jetzt gemacht. So, Sie sagen mir Bescheid. Sie haben selber Interesse gezeigt. Ich habe Ihnen nicht gesagt, bitte öffnen Sie ein Konto, bitte kommen Sie hier bei mir. Und Sie reden von Anfang an so egoistisch, als ob ich Ihnen irgendwas getan habe. Ich weiß nicht, was bei Ihnen heute passiert ist, aber wenn Sie dann einen anderen Tag ein bisschen netter sind, dann können wir nochmal diskutieren. Machen wir es so. Schönen Tag. Hahaha, ein Betrüger, ein Betrüger. Hahaha, ein Betrüger. So einfach. Hahaha, was kriege ich dafür? Was kriege ich dafür? Ich bin nicht nur der Einzige in diesem Gespräch. Ja, ja, alles klar. Schön. Wunderschön. Sie bekommen das, der Post. Ja, ja, wunderschön. Oh, Prima. Schönen Tag. Ja, wunderschön, Scammer. Hallo? Hallo, Rubio. Sprechen Englisch? Nee, ich nicht. Oh, I'm calling from Bitcoin Rejoined. Quantum AI. Deutsch. Oh man, wieder so eine Pfeife. Und vorbei. Hallo? Hallo? Hallo. Guten Tag, Janasse Bart. Guten Tag. Mein Name ist Stefan, Stefan Rossi. Haben wir schon mal miteinander gesprochen? Es geht ja um Ihren Handelskonto. Wüsste ich nicht, nee. Weiß ich nicht. Wir haben bei Bitcoin Bank Interesse gezeigt, richtig? Das kann durchaus sein. Ich habe das bei mehreren Seiten gemacht. Vor fünf Tagen, ne? Deswegen melde ich mich. Okay, gut. Haben Sie Ihren Konto schon aktiv gestellt oder noch nicht? Nö, wenn es aktiv wäre, dann hätten Sie mich ja sicherlich nicht angerufen, oder? Ja, stimmt, stimmt. So. Ich dachte, weil Sie sagten, Sie haben bei mehreren Werbungen gemacht. Deswegen dachte ich mir, Sie haben schon ein Konto aktiv. Ja, aber das hat ja jetzt mit dem Konto bei Ihnen nichts zu tun, oder? Doch, weil Sie haben bei unserer Werbung, Bitcoin Bank, die Daten eingetragen und da steht, dass Ihren Konto immer noch inaktiv steht. Ja, und weswegen fragen Sie dann, wenn das da steht, dass es inaktiv ist? Ja, es ist inaktiv bei uns, aber Sie haben gesagt, Sie haben bei mehreren gemacht. Ja, richtig. Genau. Aber das kann doch woanders aktiv sein und bei Ihnen inaktiv. Wo ist jetzt das Problem? Ich habe Sie nur angerufen, damit ich Sie fragen kann, dass Ihr Konto bei uns immer noch inaktiv ist. Ja, das ist dann so, ja, tatsächlich. Genau. Also, wollen wir das aktiv stellen? Ja, irgendwie weiß ich, um das aktiv zu stellen, müsste ich ja erstmal ein bisschen mehr über Ihre Firma erfahren. Okay, dann kann ich Sie morgen erreichen. Ach, Sie rufen mich heute an, um morgen anzurufen. Das ist ja schon ein bisschen seltsam. Ja, wir arbeiten mit Terminen, natürlich, normalerweise. Ja gut, dann versuchen Sie es morgen. Alles gut, ne? Und welche Uhrzeit? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich arbeite nicht mit Terminen. Wir müssen es einfach probieren. Ich weiß nicht, wie ich arbeiten muss. Alles gut. Bis morgen, tschüss. Tschüss. Hallo? 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 Hören Sie mich? Ja, wer ist denn da? Herr Nasebad. Bitte, mein Name ist Helen Forks. Pusten Sie bitte nicht so ins Mikrofon, man versteht Sie kaum. Bitte? Pusten Sie nicht so ins Mikrofon, man versteht Sie kaum. Okay, alles klar. Hören Sie mich nicht, oder? Sie pusten immer noch ins Mikrofon. Also, ich spreche ins Mikrofon. Bitte? Hallo? Hallo? Ja. Hören Sie mich? Ja, wenn Sie nicht so das Mikrofon nicht so dicht im Mund nehmen, dann hört man Sie auch. Ja, ja, ich verstehe, ja, alles klar. Also, ich, also, ich versuche dann lauter zu sprechen. Ja, versuchen Sie es. Warten Sie mal, ich kriege gerade einen anderen Anruf. Melden Sie sich gleich einfach nochmal. In der Stunde. Okay. Okay, alles klar. Ja. Hallo? Hallo? Schönen guten Tag nochmal, Herr der Silva. Jakob Bergmann hier von der Reurepublik. Ich rufe Sie an, da Sie sich bei uns auch angemeldet haben. Wollte mal nachschauen, ob alles im Rechten ist. Ja, ist alles im Rechten. Danke. Ja, brauchen Sie vielleicht irgendwie spezifische Hilfe? Möchten Sie auch mit uns einsteigen? Ja, aber bis jetzt habe ich ja, das ist ja nur gerade erst gewesen. Also, so genau weiß ich das noch nicht. Ich habe ja, über Ihre Firma weiß ich ja noch gar nichts. Achso, über unsere Firma, klar. Also, wir sind ja auch reguliert, auch in der FCA, auf der Börsenaufsichtsbehörde. Wir haben auch unsere Lizenznummern und genau, also wir sind da in Sachen Trading auch seit acht Jahren im Feld und genau, den Autotrader haben wir auch erst seit einem Jahr ungefähr. Ah ja, okay, gut, okay. Sie sagen, wie war jetzt Ihre Plattform nochmal genau? Ich habe es schon wieder zugemacht, deswegen. Achso, Reurepublik. Sie können auch nochmal gerne, wenn Sie möchten, nochmal nachschauen. Reu, also Richard Otto Ida. Und dann Republik mit C aber, bitte. Und danach... Langsam, langsam, so schnell kann man ja nicht schreiben. Richard Otto Ida. Genau, und danach Republik aber mit C, also auf Englisch, Republic. Ja. Punkt C-O für Cooperative. C-O, bitte. Ah, Reu, Republik, okay. Okay, genau. Gut. Das ist auch unsere Seite. Ja. Genau, und Sie werden auch natürlich auch immer zur Seite auch einen Finanzberater haben, der Ihnen immer auch stets dabei hilft. Und genau, das sind wir dann. Dort können Sie es auch nochmal nachschauen. Mhm, okay, gut, okay. Und Sie sind eine englische Firma, oder? Deutsch. Der Sitz ist Frankfurt, aber wir haben auch in Österreich, Schweiz auch noch, sage ich mal, Stellen und auch nochmal London auch. Na ja, nur weil Sie sagten, Reu-Republik.co, warum haben Sie dann kein DE als deutsche Firma? Äh, das ist ja Cooperative, also das ist ja auch, es geht ja nicht nur hier um Deutschland, auch mehrere, auch mehrere Länder mit da verbunden und deswegen ist es CO für Corporation. Ja, gut. Und Sie sagten, Sie sind lizenziert, dann sind Sie, wo denn dann als deutsche Firma, mit was kann man bei Ihnen denn alles handeln? Das erstmal. Also, bei uns haben Sie Währungen, Krypto, Rohstoffe und Aktien, Dividenden auf jeden Fall. Ah ja, okay. Die, genau, mit denen können Sie auch bei uns handeln. Okay, das ist ja schon mal gut zu wissen. Gut, und Sie sagten, Sie sind eine englische Firma und Sie hatten irgendwas von FCAA gesagt, ne? Warum sind Sie dann nicht als deutsche Firma in Deutschland registriert und reguliert? Ja, in der Frankfurter Börse sind die auch reguliert. Das heißt, über die BaFin dann auch, oder? Genau. Oh ja, das ist schon mal gut. Genau, die FCA auch in London, die Börsenaufsichtsbehörde, ist auch immer stets bei uns. Also da sind die auch seriös seit acht Jahren mit dabei. Na ja, gut, okay. Aber da ich ja hier in Deutschland bin, können Sie mir ja dann sicherlich Ihre BaFin-ID nennen. Genau, einen Moment. Dann gebe ich Ihnen sofort. Bleiben Sie kurz dran, ja? Natürlich. Dum, 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 dum. Ich bin dein Vater. Hallo. Hallo. Jawoll, ich bin sofort auch da. Ich höre Sie auch, Herr Dersilver. Ich schaue sofort mal nach. Ein Moment bitte. Ich gebe Sie Ihnen sofort durch. Na ja, und da sofort verstehe ich was anderes. Hallo. Hallo, sind Sie noch da? Jawoll, Herr Dersilver. Ja, und da sofort verstehe ich was anderes. Natürlich, ich bin sofort auch da.